Drake gewährt seltene Einblicke in sein Familienleben. Anlässlich des siebten Geburtstags seines Sohnes Adonis teilt der Rapper besondere Momente. Am Wochenende feierten sie mit einer Spongebob-Schwammkopf-Motto-Party. Auf Instagram zeigt Drake Fotos von der fröhlichen Feier. Adonis strahlt umgeben von Freunden und Familie. Dazu schreibt der stolze Vater Baby Goat, du bist anders. Damit zeigt er, wie besonders sein Sohn für ihn ist. Normalerweise hält Drake Adonis aus der Öffentlichkeit heraus. Doch ab und zu teilt er Einblicke in ihre Vater-Sohn-Beziehung. So gestaltete Adonis das Cover für Drake's Single 8 a.m. in Charlotte. In einem Video präsentiert der Kleine stolz sein Kunstwerk. Es zeigt eine Ziege, die vor Monstern und Blumen flieht. Erzähl mir von deinem wunderschönen Kunstwerk, sagt Drake zu seinem Sohn. Die Fans sind begeistert von der kreativen Zusammenarbeit. Drake hielt die Existenz seines Sohnes zunächst geheim. Erst 2018 bestätigte er, Vater zu sein. Die Mutter von Adonis ist die französische Künstlerin Sophie Brussot. Mit ihr hatte Drake eine kurze Beziehung. Trotz Trennung steht Adonis wohl für beide an erster Stelle. Sie teilen sich das Sorgerecht und kümmern sich liebevoll. Drake zeigt sich immer wieder stolz auf den Lockenkopf. Die neuen Fotos vom Geburtstag begeistern die Fans. Sie freuen sich über die seltenen Familienmomente. Drake beweist erneut, wie wichtig ihm sein Sohn ist. Wir sind gespannt, was die beiden als nächstes planen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!